Kapitel 12 Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der felgentreusche Wagen in der Adlerstraße hielt, um da selbst abzusetzen, hielt auch der treibelsche Wagen vor der kommerzienrätlichen Wohnung und die Rätin samt ihrem Sohne Leopold stiegen aus, während der alte Treibel auf seinem Platze blieb und das junge Paar, das wieder die Pferde geschont hatte, die Köpenicker Straße hinunter bis an den Holzhof begleitete. Von dort aus nach einem herzhaften Schmatz, den er spielte gern den zärtlichen Schwiegervater, ließ er sich zu Buggenhagens fahren, wo Parteiversammlung war. Er wollte doch mal wieder sehen, wie es stünde und, wenn nötig, auch zeigen, dass ihn die Korrespondenz in der Nationalzeitung nicht niedergeschmettert habe. Die Kommerzienrätin, die für gewöhnlich die politischen Gänge treibels belächelte, wenn nicht beackwohnte, was auch vorkam, heute segnete sie Buggenhagen und war froh, ein paar Stunden allein sein zu können. Der Gang mit Willibald hatte so vieles wieder in ihr angeregt. Die Gewissheit, sich verstanden zu sehen, es war doch eigentlich das Höhere. Viele beneiden mich, aber was habe ich am Ende? Stuck und Goldleisten und die Honig mit ihrem sauer-süßen Gesicht. Treibel ist gut, besonders auch gegen mich, aber die Prosa lastet bleischwer auf ihm und wenn er es nicht empfindet, ich empfinde es. Und dabei Kommerzienrätin und immer wieder Kommerzienrätin. Es geht nun schon in das zehnte Jahr und er rückt nicht höher hinauf, trotz aller Anstrengungen. Und wenn es so bleibt, und es wird so bleiben, so weiß ich wirklich nicht, ob nicht das andere, das auf Kunst und Wissenschaft deutet, doch einen feineren Klang hat. Ja, den hat es. Und mit den ewig guten Verhältnissen. Ich kann doch auch nur eine Tasse Kaffee trinken. Und wenn ich mich zu Bette lege, so kommt es darauf an, dass ich schlafe. Birkenmaser oder Nussbaum macht keinen Unterschied, aber Schlaf oder Nichtschlaf, das macht einen, und mitunter flieht mich der Schlaf, der des Lebensbestes ist, weil er uns das Leben vergessen lässt. Und auch die Kinder wären anders. Wenn ich die Corinne ansehe, das sprüht alles von Lust und Leben, und wenn sie bloß so macht, so steckt sie meine beiden Jungen in die Tasche. Mit Otto ist nicht viel, und mit Leopold ist gar nichts. Jenny, während sie sich in süße Selbsttäuschungen wie diese versenkte, trat ans Fenster und sah abwechselnd auf den Vorgarten und die Straße. Drüben im Hause gegenüber, hoch oben in der offenen Mansarde stand, wie ein Schattenriss in hellem Lichte, eine Plätterin, die mit sicherer Hand über das Plättbrett hinfuhr. Ja, es war ihr, als höre sie Mädchen singen. Der Kommerzienrätin Auge mochte von dem anmutigen Bilde nicht lassen, und etwas wie wirklicher Neid überkam sie. Sie sah erst fort, als sie bemerkte, dass hinter ihr die Türe ging. Es war Friedrich, der den Tee brachte. Setzen Sie hin, Friedrich, und sagen Sie, Fräulein Honig, es wäre nicht nötig. Sehr wohl, Frau Kommerzienrätin, aber hier ist ein Brief. Ein Brief, fuhr die Rätin heraus. Von wem? Vom jungen Herrn. Von Leopold. Ja, Frau Kommerzienrätin, und es wäre Antwort? Brief? Antwort? Er ist nicht recht gescheit. Und die Kommerzienrätin riss das Cuvier auf und überflog den Inhalt. Liebe Mama, wenn es dir irgend passt, ich möchte heute noch eine kurze Unterredung mit dir haben. Lass mich durch Friedrich wissen, ja oder nein, dein Leopold. Jenny war derart betroffen, dass ihre sentimentalen Anwandlungen auf der Stelle hinschwanden. So viel stand fest, dass das alles nur etwas sehr Fatales bedeuten konnte. Sie raffte sich aber zusammen und sagte, sagen Sie, Leopold, dass ich ihn erwarte. Das Zimmer Leopolds lag über dem Ihrigen. Sie hörte deutlich, dass er rasch hin und her ging und ein paar Schubkästen mit einer ihm sonst nicht eigenen Lautheit zuschob und gleich danach, wenn nicht alles täuschte, vernahm sie seinen Schritt auf der Treppe. Sie hatte recht gehört. Und nun trat er ein und wollte, sie stand noch in der Nähe des Fensters, durch die ganze Länge des Zimmers auf sie zuschreiten, um ihr die Hand zu küssen. Der Blick aber, mit dem sie ihm begegnete, hatte etwas so Abwehrendes, dass er stehen blieb und sich verbeugte. Was bedeutet das, Leopold? Es ist jetzt zehn, also nachts schlafende Zeit, und da schreibst du mir ein Billet und willst mich sprechen? Es ist mir neu, dass du was auf der Seele hast, was keinen Aufschub bis morgen früh duldet. Was hast du vor? Was willst du? Mich verheiraten, Mutter. Ich habe mich verlobt. Die Kommerzienrätin fuhr zurück, und ein Glück war es, dass das Fenster, an dem sie stand, ihr eine Lehne gab. Auf viel Gutes hatte sie nicht gerechnet, aber eine Verlobung über ihren Kopf weg, das war doch mehr, als sie gefürchtet. War es eine der Felgentreus, sie hielt beide für dumme Dinge und die ganzen Felgentreuerei verheblich unterm Stand. Er, der Alte, war Lageraufseher in einem großen Ledergeschäft gewesen und hatte schließlich die hübsche Wirtschaftsmamsel des Prinzipals, eines mit seiner weiblichen Umgebung, oft wechselnden Witwers geheiratet. So hatte die Sache begonnen und ließ in ihren Augen viel zu wünschen übrig. Aber verglichen mit den Munks war es noch lange das Schlimmste nicht. Und so sagte sie denn Elfriede oder Blanca? Keine von beiden. Also Corinna. Das war zu viel. Jenny kam in ein halb ohnmächtiges Schwanken und sie wäre, angesichts ihres Sohnes, zu Boden gefallen, wenn sie der schnelle Zuspringende nicht aufgefangen hätte. Sie war nicht leicht zu halten und noch weniger leicht zu tragen, aber der arme Leopold, den die ganze Situation über sich selbst hinaushob, bewährte sich auch physisch und trug die Mama bis ans Sofa. Danach wollte er auf den Knopf der elektrischen Klingel drücken, Jenny aber war, wie die meisten ohnmächtigen Frauen, doch nicht ohnmächtig genug, um nicht genau zu wissen, was um sie hier vorging. Und so fasste sie denn seine Hand zum Zeichen, dass das Klingeln zu unterbleiben habe. Sie erholte sich auch rasch wieder im Griff nach dem vor ihr stehenden Flakon, mit kölnischem Wasser und sagte, nachdem sie sich die Stirn damit betupft hatte, also mit Corinna, ja Mutter, und alles nicht bloß zum Spaß, sondern um euch wirklich zu heiraten, ja Mutter, und hier in Berlin und in der luisenstädtischen Kirche, darin dein guter, braver Vater und ich getraut wurden, ja Mutter, und immer wieder ja Mutter, es klingt, als ob du nach Kommando sprichest, und als ob dir Corinna gesagt hätte, sag nur immer ja Mutter. Nun, Leopold, wenn es so ist, so können wir beide unsere Rollen rasch auswendig lernen. Du sagst in einem Ford ja Mutter, und ich sage in einem Ford nein, Leopold. Und dann wollen wir sehen, was länger vorhielt. Dein ja oder mein nein. Ich finde, dass du es dir etwas leicht machst, Mama. Nicht, dass ich wüsste. Wenn es aber so sein sollte, so bin ich bloß deine gelehrige Schülerin. Jedenfalls ist es ein Operieren ohne Umschweife, wenn ein Sohn vor seiner Mutter hintritt und ihr kurzweg erklärt, ich habe mich verlobt. So geht das nicht in unseren Häusern. Das mag beim Theater so sein, oder vielleicht auch bei Kunst und Wissenschaft, worin die kluge Corinna ja großgezogen ist, und einige sagen sogar, dass sie dem Alten die Hefte korrigiert. Aber wie dem auch sein möge, bei Kunst und Wissenschaft mag das gehen, meinetwegen, und wenn sie den alten Professor, ihren Vater, übrigens ein Ehrenmann, auch ihrerseits mit einem Ich habe mich verlobt, überrascht haben sollte, nun, so mag der sich freuen. Er hat auch Grund dazu, denn die Treibels wachsen nicht auf den Bäumen und können nicht von jedem, der vorbeigeht, heruntergeschüttelt werden. Aber ich freue mich nicht und verbiete dir diese Verlobung. Du hast wieder gezeigt, wie ganz unreif du bist. Ja, dass ich es ausspreche. Leopold, wie knabenhaft! Liebe Mama, wenn du mich etwas mehr schonen könntest, schonen, hast du mich geschont, als du dich auf diesen Unsinn einließest? Du hast dich verlobt, sagst du. Wem willst du das weismachen? Sie hat sich verlobt, und du bist bloß verlobt worden. Sie spielt mit dir und anstatt dir das zu verbitten, küssest du ihr die Hand und lässt es dich einfangen wie die Gimpel. Nun, ich habe es nicht hindern können, aber das Weitere, das kann ich hindern und werde es hindern. Verlobt euch, so viel ihr wollt, aber wenn ich bitten darf, im Verschwiegenen und im Verborgenen. An ein Heraustreten damit ist nicht zu denken. Anzeigen erfolgen nicht, und wenn du deinerseits Anzeigen machen willst, so magst du die Gratulation in einem Hotel gar nie in Empfang nehmen. In meinem Hause nicht. In meinem Hause existiert keine Verlobung und keine Corinna. Damit ist es vorbei. Das alte Lied vom Undank erfahre ich nun an mir selbst und muss erkennen, dass man unklug daran tut, Personen zu verwöhnen und gesellschaftlich zu sich heraufzuziehen. Und mit dir ersteht es nicht besser. Auch du hättest mir diesen Gram ersparen können und diesen Skandal. Dass du verführt bist, entschuldigt dich nur halb. Und nun kennst du meinen Willen und ich darf wohl sagen, auch deines Vaters Willen, den so viel Torheiten er begeht, in den Fragen, wo die Ehre seines Hauses auf dem Spiel steht, ist Verlass auf ihn. Und nun geh, Leopold, und schlafe, wenn du schlafen kannst. Ein gut Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Leopold biss sich auf die Lippen und lächelte verbittert vor sich hin. Und bei dem, was du vielleicht vorhast, denn du lächelst und stehst so trotzig da, wie ich dich noch gar nicht gesehen habe, was auch bloß der fremde Geist und Einfluss ist, bei dem, was du vielleicht vorhast, Leopold, vergiss nicht, dass der Segen der Eltern den Kindern Häuser baut. Wenn ich dir raten kann, sei klug und bringe dich nicht um einer gefährlichen Person und einer flüchtigen Laune willen um die Fundamente, die das Leben tragen und ohne die es kein rechtes Glück gibt. Leopold, der sich zu seinem eigenen Erstaunen all die Zeit über durchaus nicht niedergeschmettert gefühlt hatte, schien einen Augenblick antworten zu wollen, ein Blick auf die Mutter aber, deren Erregung, während sie sprach, nur immer noch gewachsen war, ließ ihn erkennen, dass jedes Wort die Schwierigkeit der Lage bloß steigern würde. So verbeugte er sich denn ruhig und verließ das Zimmer. Er war kaum hinaus, als sich die Kommerzienrätin von ihrem Sofaplatz erhob und über den Teppich hin auf- und abzugehen begannen. Jedes Mal, wenn sie wieder in die Nähe des Fensters kam, blieb sie stehen und sah nach der Mansarde und der noch immer im vollen Lichte dastehenden Plätterin hinüber, bis ihr Blick sich wieder senkte und dem bunten Treiben der vor ihr liegenden Straße zuwandte. Hier, in ihrem Vorgarten, den linken Arm von innen her auf die Gitterstäbe gestützt, stand ihr Hausmädchen, eine hübsche Blondine, die mit Rücksicht auf Leopold S'mores beinahe nicht engagiert worden wäre und sprach lebhaft und unter Lachen mit einem draußen auf dem Trottoir stehenden Cousin, zog sich aber zurück, als der eben von Bugenhagen kommende Kommerzienrat in einer Droschke vorfuhr und auf seine Villa zuschritt. Treibel, einen Blick auf die Fensterreihe werfend, sah sofort, dass nur noch in seiner Frau Zimmer Licht war, was ihn mitbestimmte, gleich bei ihr einzutreten, um noch über den Abend und seine mannigfachen Erlebnisse berichten zu können. Die flaue Stimmung, der anfänglich in Folge der Nationalzeitungskorrespondenz bei Bugenhagens begegnet war, war unter dem Einfluss seiner Liebenswürdigkeit rasch gewichen und das umso mehr, als er den auch hier wenig gelittenen Vogelsang schmunzelnd preisgegeben hatte. Von diesem Siege zu erzählen, trieb es ihn, trotzdem er wusste, wie Jenny zu diesen Dingen stand. Als er aber eintrat und die Aufregung gewahr wurde, darin sich seine Frau ganz ersichtlich befand, er starb ihm das joviale »Guten Abend, Jenny« auf der Zunge und ihr die Hand reichend sagte er nur »Was ist vorgefallen, Jenny?« »Du siehst ja aus wie das Leiden...« »Nein, keine Blasphemie, du siehst ja aus, als wäre dir die Gerste verhagelt.« »Ich glaube,« »treibel«, sagte sie, während sie ihr auf und ab im Zimmer fortsetzte, »du könntest dich mit deinen Vergleichen etwas höher hinaufschrauben.« »Verhagelte Gerste«, »hat einen überaus ländlichen, um nicht zu sagen bäuerlichen Beigeschmack. Ich sehe, dass Teupitz Zossensche trägt bereits seine Früchte.« »Liebe Jenny, die Schuld liegt, glaube ich, weniger an mir als an dem Sprach- und Bilderschatz deutscher Nation. Alle Wendungen, die wir als Ausdruck für Verstimmungen und Betrübnisse haben, haben einen ausgesprochenen Unterschichtscharakter und ich finde da zunächst nur noch den Lohgerber, dem die Fälle weggeschwommen.« Er stockte, denn es traf ihn ein so böser Blick, dass er es doch für angezeigt hielt, auf das Suchen nach weiteren Vergleichen zu verzichten. Auch nahm Jenny selbst das Wort und sagte, »Deine Rücksichten gegen mich halten sich immer auf derselben Höhe. Du siehst, dass ich eine Alteration gehabt habe und die Form, in die du deine Teilnahme kleidest, ist die geschmackloser Vergleiche. Was meiner Erregung zugrunde liegt, scheint deine Neugier nicht sonderlich zu wecken. Doch, doch, Jenny, du darfst das nicht übel nehmen. Du kennst mich und weißt, wie das alles gemeint ist. Alteration, das ist ein Wort, das ich nicht gerne höre. Gewiss wieder, was mit Anna, Kündigung oder Liebesgeschichte. Wenn ich nicht irre, stand sie, »Nein, Treibel, das ist es nicht. Anna mag tun, was sie will und meinetwegen ihr Leben als Spreewälderin beschließen. Ihr Vater, der alte Schulmeister, kann dann an seinem Enkel erziehen, was er an seine Tochter versäumt hat. Wenn mich Liebesgeschichten alterieren sollen, müssen sie von anderer Seite kommen. Also doch Liebesgeschichten. Nun, sage wer, Leopold, alle Wetter. Und man konnte nicht heraushören, ob Treibel bei dieser Namensnennung mehr in Schreck oder Freude geraten war. Leopold, ist es möglich? Es ist mehr als möglich, es ist gewiss. Denn vor einer Viertelstunde war er selber hier, um mich diese Liebesgeschichte wissen zu lassen. Merkwürdiger Junge, er hat sich mit Corinna verlobt. Es war ganz unverkennbar, dass die Kommerzienrätin eine große Wirkung von dieser Mitteilung erwartete, welche Wirkung aber durchaus ausblieb. Treibels erstes Gefühl war das einer heiter angeflogenen Enttäuschung. Er hatte was von kleiner Subrette, vielleicht auch von Jungfrau aus dem Volke erwartet und stand nun vor einer Ankündigung, die nach seinen unbefangeneren Anschauungen alles andere als Schreck und Entsetzen hervorrufen konnte. Corinna, sagte er und schlankweg verlobt und ohne Mama zu fragen, Teufelsjunge, man unterschätzt doch immer die Menschen und am meisten seine eigenen Kinder. Treibel, was soll das? Das ist keine Stunde, wo sich's für dich schickt, in einer noch nach Bugenhagen schmeckenden Stimmung ernste Fragen zu behandeln. Du kommst nach Hause und findest mich in einer großen Erregung und im Augenblicke, wo ich dir den Grund dieser Erregung mitteile, findest du es angemessen, allerlei sonderbare Scherze zu machen. Du musst doch fühlen, dass das einer lächerlichen Machung meiner Person und meiner Gefühle ziemlich gleich kommt und wenn ich deine ganze Haltung recht verstehe, so bist du weit ab davon, in dieser sogenannten Verlobung einen Skandal zu sehen und darüber möchte ich Gewissheit haben, ehe wir weitersprechen. Ist es ein Skandal oder nicht? Nein. Und du wirst Leopold nicht darüber zur Rede stellen? Nein. Und du bist nicht empört über diese Person? Nicht im Geringsten. Über diese Person, die deiner und meiner Freundlichkeit sich absolut unwert macht und nun ihre Bettlade, denn um so viel was anderes wird es sicher nicht handeln, in das treibelsche Haus tragen will? Treibel lachte. Sie, Jenny, diese Redewendung ist dir gelungen, und wenn ich mir mit meiner Fantasie, die mein Unglück ist, die hübsche Corinna vorstelle, wie sie sozusagen zwischen die Längsbretter eingeschirrt ihre Bettlade hierher ins treibelsche Haus trägt, so könnte ich eine Viertelstunde lang lachen. Aber ich will doch lieber nicht lachen und dir, da du so sehr für das Ernste bist, nun auch ein ernsthaftes Wort sagen. Alles, was du da so hinschmetterst, ist erstens unsinnig und zweitens empörend, und was es außerdem noch alles ist, blind, vergesslich, überheblich, davon will ich gar nicht reden. Jenny war ganz blass geworden und zitterte, weil sie wohl wusste, worauf das blind und vergesslich abzielte. Treibel aber, der ein guter und auch ein ganz kluger Kerl war und sich aufrichtig gegen all den Hochmut aufrichtete, fuhr jetzt fort, du sprichst da von Undank und Skandal und Blamage und fehlt eigentlich bloß noch das Wort Unehre, dann hast du den Gipfel der Herrlichkeit erklommen, Undank. Willst du der klugen, immer heiteren, immer unterhaltlichen Person, die wenigstens sieben Felgen treus in die Tasche steckt, nächststehende Anverwandten ganz zu geschweigen, willst du der die Datteln und Apfelsinen nachrechnen, die sie von unserer Majulikaschüssel mit einer Venus und einem Cupido darauf beiläufig eine lächerliche Pinselei mit ihrer zierlichen Hand heruntergenommen hat und waren wir nicht bei dem guten alten Professor unsererseits auch zu Gast bei Willibald, der doch sonst ein Herzblatt ist und haben wir uns seinen Brauneberger, der ebenso gut war wie meiner oder doch nicht ganz viel schlechter nicht schmecken lassen und warst du nicht ganz ausgelassen und hast du nicht an dem Klimperkasten der da in der Putzstube steht deine alten Lieder runtergesungen nein Jenny komme mir nicht mit solchen Geschichten da kann ich auch mal ärgerlich werden Jenny nahm seine Hand und wollte ihn hindern weiter zu sprechen nein Jenny noch nicht noch bin ich nicht fertig ich bin nun mal im Zuge Skandal sagst du und Blamage nun ich sage dir nimm dich in acht dass aus der bloß eingebildeten Blamage nicht eine wirkliche wird und das ich sage das weil du solche Bilder liebst der Pfeil nicht auf den Schützen zurückfliegt du bist auf dem besten Wege mich und dich in eine unsterbliche Lächerlichkeit hineinzubuxieren wer sind wir denn wir sind weder die Montmorencis noch die Lusingions von denen nebenher bemerkt die schöne Melusine herstammen soll was dich vielleicht interessiert und wir sind auch nicht die Bismarcks oder die Arnims oder sonst was merkisches von Adel wir sind die Treibels Blutlaugensalz und Eisen Vitriol und du bist eine Bürstenbinder ist ganz gut aber der erste Bürstenbinder kann unmöglich höher gestanden haben als der erste Schmidt und so bitte ich dich denn Jenny keine Übertreibungen und wenn es sein kann lass den ganzen Kriegsplan fallen und nimm Corinna mit so viel Fassung hin wie du Helene hingenommen hast es ist ja nicht nötig dass sich Schwiegermutter und Schwiegertochter furchtbar lieben sie heiraten sicher nicht es kommt auf die an die den Mut haben sich dieser ernsten und schwierigen Aufgabe aller persönlichst unterziehen zu wollen Jenny war während dieser zweiten Hälfte von Treibels Philippica merkwürdig ruhig geblieben was in einer guten Kenntnis des Charakters ihres Mannes seinen Grund hatte sie wusste dass er in einem überhohen Grade das Bedürfnis und die Gewohnheit des sich Aussprechens hatte und dass sich mit ihm erst wieder reden ließ wenn gewisse Gefühle von seiner Seele heruntergeredet waren es war ihr schließlich ganz recht dass dieser Akt innerlicher Selbstbefreiung so rasch und so gründlich begonnen hatte was jetzt gesagt worden war brauchte morgen nicht mehr gesagt zu werden war abgetan und gestattete den Ausblick auf friedlichere Verhandlungen Treibel war sehr der Mann der Betrachtung aller Dinge von zwei Seiten her und so war Jenny denn völlig überzeugt davon dass er über Nacht dahin gelangen würde die ganze leopoldische Verlobung auch mal von der Kehrseite her anzusehen sie nahm deshalb seine Hand und sagte Treibel lass uns das Gespräch morgen früh fortsetzen ich glaube dass du bei ruhigerem Blute die Berechtigung meiner Anschauung nicht verkennen wirst jedenfalls rechne nicht darauf mich anderen Sinnes zu machen ich wollte dir als dem manne der zu handeln hat selbstverständlich auch in dieser Angelegenheit nicht vorgreifen lehnst du jedoch jedes handeln ab so handle ich selbst auf die Gefahr deiner nicht zustimmung tu 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 du willst und damit warf Treibel die Tür ins Schloss und ging in sein Zimmer hinüber als er sich in den Foteuil warf brummte er vor sich hin und wenn sie am Ende doch recht hätte und konnte es anders sein der gute Treibel er war doch auch seinerseits das Produkt Dreier im Fabrikbetrieb immer reicher gewordenen Generationen und aller guten Geistes und Herzensangelegenheiten unerachtet und trotz seines politischen Gastspiels auf der Bühne Teupitz zossen der Bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen Frau tief im Geblüt